So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar diesmal wieder auf meinem Mac. Das heißt, wir machen wieder irgendwas Kreatives, wahrscheinlich mit Adobe-Produkten. Und ja, wir machen heute etwas Cooles, hoffentlich, weil das habe ich ab einer Anfrage bekommen über eine Diashow in JavaScript. Und das werde ich heute mal machen. Dazu habe ich mir etwas ausgesucht. Natürlich habe ich mir erstmal so ein paar Bilder ausgesucht. Also es ist jetzt nichts Spektakuläres. Das sind jetzt so ein paar Stück, vier Stück. Können Sie sich mal angucken. Also, das ändert mich irgendwie an, Zinn-MafiD. Also nichts so Tolles, beziehungsweise Spektakuläres. Ja, diese Bilder sind ganz normale JPG-Bilder. Serverbilder. Für das Web würde ich vielleicht eine andere Endung nehmen oder ein anderes Dateiformat. Und ihr solltet gucken, dass die Bilder nicht zu groß werden. Denn wenn der Server eine Kack-Anbindung hat und ihr eine Kack-Anbindung hat, dann könnte es schon mal kritisch werden. Also wenn wir jetzt so ein schönes 4K-Bild haben und das Bild 43 MB groß ist, ja, dann könnte das unter Umständen etwas dauern, bis das fertig geladen ist. Vor allem, wenn man da natürlich noch eine 6000er-Anleitung hat. Also das ist das Erste. Hier, was wir beachten sollten, nicht zu große Bilder, vielleicht auch die Auflösung runterschrauben. Ich meine, ich habe jetzt hier auch nicht gerade die riesigen Teile genommen. Ich meine, das Hintergrundbild hat 2K-Auflösung, weil mein Monitor unterstützt das auch. Aber hier ist das gerade mal 27p. Und das sollte für unseren Test reichen. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Gucken wir uns das mal an. Ja, 500 KB aufgerundet auf der Platte. Das sollte relativ fix gehen. So, das Erste, was wir halt brauchen, wir sind die Bilder natürlich. Und wir brauchen, das tue ich mal weg, sonst gibt es nachher Kommunikation. So, und wir brauchen halt unsere Website, wo wir das einbinden wollen. Ich würde das jetzt einmal ganz nur den Code machen und das, was wir in HTML haben. Ja, JavaScript steuert das Ganze und CSS ist für die Animation und für das Aussehen zuständig. Also CSS3, das heißt, wir brauchen schon einen Browser, der die Transitions mit CSS3 unterstützt. Und ja, also alle neuen aktualisierten Browser sollten das können. Und es sieht dadurch halt auch besser aus. Und wir brauchen nicht irgendwelche Codes von jQuery oder sonstige Plugins, die das für uns machen, die irgendwie, ohne dass wir CSS3 benutzen, auch irgendwie so Fade-Effekte hinkriegen. Das wollen wir nämlich reinbauen, dass wir einen schönen, weichen Übergang zwischen den einzelnen Bildern haben. Und ja, das heißt, wir benutzen keinen jQuery, wir benutzen keine anderen JavaScript-Libraries oder was es da sonst noch Schönes gibt, sondern wir machen das jetzt einfach mit 20-Zahlen-Code und Ender aus Mickey Mouse. Das ist selbst noch übertrieben. Das ist wesentlich weniger. So, ich werde in Dreamweaver das Ganze machen. Holen wir das Fenster jetzt auch mal hervor. Und mache uns jetzt einmal einen ganz normalen HTML-File. Wir sehen, die wird hier, direkt wird hier uns der Doctype und das Grundgerüst gebildet. Das speichern wir aber zuerst mal. Und nennen wir die einfach mal dia.html. Und das bitte auf meinem Desktop, weil da auch die Bilder liegen. So, dann Steuerung N und wir machen ein JavaScript, ist schon angewählt, finde ich auch schön. Das speichern wir ebenfalls natürlich. Also, Steuerung S und nehmen wir auch mal dia.js. Und wir brauchen noch eine File. Wir können das zwar alles in eine File quetschen, aber ich mache das aus Gewohnheitssache, da ich viele Webseiten schon erstellt habe, in meinen eigenen Dateien, so dass man halt das Ganze besser wiederfindet. Ich meine, sonst haben wir so ein Kloster drin. Ja, also haben wir zum Beispiel unsere PHP oder unsere HTML, das ist ja egal. Und in der ist dann alles drin. Da ist dann nicht nur 10 Zeilen CSS-Code drin, sondern sind da 30 Zeilen oder 50 Zeilen. Und dann noch direkt PHP dahinter. Und dann wird es extrem unübersichtlich. Und weil wir das ja nicht wollen, machen wir das so schön einzeln. Und es sieht schöner aus. So, das erste, was wir machen müssen, wir können nochmal den Titel ändern. Das können wir hier umbauen, oder wir ändern einfach das Title Tag. Das nehmen wir einfach mal einfache Dia Show. Wie schön, dass man das auch so gut sehen kann, dass das Mikro davor steht. So, ja, fangen wir an mit dem Head. Der Head-Bereich ist immer dafür da, das, was wir nicht sehen. Also die Kopfzeile in jeglichen Dateien und in Programmen und Ähnliches gibt es diese Kopfzeilen natürlich auch, wo dann zum Beispiel drinsteht, das ist eine MP3-File und die hat die Länge. Das sollen wir halt nicht sehen. Das sehen wir zwar ja noch im Abspieler, aber so in der Datei können wir das erstmal nicht lesen. Denn wir möchten jetzt hier oben auch erstmal so ein paar Sachen reinschreiben. Und zwar, unser HTML-File oder PHP, da ist das das Gleiche natürlich, weiß nicht, wo unsere dia.js und unsere dia.css liegen. Das könnte jetzt raten, aber raten ist natürlich immer schlecht. Deswegen müssen wir das einbinden. Und deswegen fangen wir erstmal mit dem CSS. Dafür machen wir das Ding, Link. Wir möchten etwas verlinken. Wir sehen, unser Dreamweaver gibt uns hier so ein paar, ja, gibt uns hier so Auto-Complete-mäßig. So, und wir möchten ein Style-Sheet, hier, ja, also wir möchten ein Style-Sheet mit dem ganzen Zeug verlinken. Und es muss ja wissen, wo die File liegt. Das heißt, wir nehmen href und wir geben direkt durch Suchen an. Hier kommt dann jetzt gleich der Pfad rein. Da können wir uns unsere dia.css wählen. Man sieht hier dia.css. Liegt hier, liegt die HTML irgendwo jetzt. Da liegt die HTML. Und unsere dia.css liegt hier. Das heißt, wir müssen auch nicht mal mit irgendwelchen Faden basteln. Das ist ja eigentlich auch unnötig. Und wir schließen das Ganze ab. Dieses Slash braucht man eigentlich nicht. Aber wird schon einmäßig so gemacht. Wenn wir das jetzt mal speichern, haben wir jetzt unser Style-Sheet eingebunden. Aber wir müssen natürlich nicht nur das Style-Sheet einbinden, sondern wir müssen auch unser Skript einbinden. Und das Tag heißt schon passend. Das Ding heißt nämlich Skript. Das heißt, wir möchten ein Skript einbinden. Wir können jetzt das Skript direkt hierhinterschreiben. Aber ebenfalls müssen wir hier eine Datei eingeben. Und das machen wir mit src. Bei Image-Tags kennt man es ja auch. Das wäre eine src. Und dann den Pfad zum Bild. Das werden wir gleich auch noch benutzen. Aber erstmal dia.css. Das hat er auch automatisch eingefügt. Und dann machen wir das Ganze Ende. Und dann Ende-Skript. So. Ah, das hatte ich mir schon. Lol. Egal. So, jetzt haben wir hier oben unser JavaScript eingebunden. Und wir haben unser Style-Sheet eingebunden. Passt alles soweit. Wir können jetzt natürlich noch das noScript-Tag nehmen. Slash noScript. Und Slash. Ende noScript. Das heißt, wenn man das Skript ausgeschaltet hat. Also zum Beispiel so einen hässlichen JavaScript-Blocker. Dann wird das angezeigt. Zum Beispiel, bitte schalte JavaScript ein. So, das würde jetzt dann da stehen. Auch habe ich schon. Egal. So. Und, also wenn jetzt jemand kein JavaScript hat, würde das anschauen. Aber wir sind nicht dafür da, um die Basics zu lernen. Sondern wir sind da, um mal hier so ein bisschen was zu füllen. Was ich gerade alles weggemacht habe. Ach, das macht der. Lol. Lol. Ah, jetzt hat er es auch gerafft. Denn das wollte ich. Das hat er nämlich die ganze Zeit nicht gemacht. Jetzt können wir nämlich. Zumindest du mir verkennt jetzt die Verweise hier auf die Dateien. Und bietet uns hier unten jetzt so ein Ding rein. Anstatt hier oben zu wechseln, können wir direkt ganz fix hier so. Es gibt aber auch schon einen Short-Platz zum wechseln. Und ja. Okay. Fangen wir an mit dem Buddy-Bereich. Da fangen wir jetzt einfach mal kurz H1. Dear Show. Slash Nr H1. Und dann zwischendurch noch ich will. Slash HL. So. HL bedeutet Linie. Aber das sieht hässlich aus. Deswegen können wir jetzt einmal Center benutzen. Und hier unten Slash Nr Center. Und dann ist das Ganze auch mittig. Kann man so machen. Muss man nicht. Da kann man jetzt auch noch mit CSS rum basteln. Aber das wollen wir alles nicht. Denn wir wollen jetzt anfangen. So. Das erste, was wir in dem... Äh, was wir jetzt... Ja, fangen wir jetzt mal damit an. So. Wo möchten wir die Bilder anzeigen? Die Bilder möchten wir in eine Image-Tag anzeigen. Also in Image-Tags werden ja normalerweise die Bilder angezeigt. Und damit wir dieses Bild, dieses Tag auch wiederfinden, kann man eine ID vergeben. Die ID kann zum Beispiel ganz einfach IMG sein oder sonst was. Oder das ist ein geiles Bild. Ist dann halt nur nachher doof zu schreiben. Aber egal. Das heißt, wir können jetzt unser Ding benennen. Standardmäßig mal eigentlich bei sowas immer einfacher Anführungszeichen. Vor allem wenn es um JavaScript geht. Deswegen lassen wir das mal so. Und dann können wir hier noch direkt WIF angeben. Zum Beispiel 500 Pixel. Ja, und dann können wir hier zum Beispiel noch den Alternativ-Tags angeben oder Soros. Das heißt, wir können es jetzt so sagen, dass das Bild trotzdem als erstes mal geladen wird. Wenn man das Tag auch schließt. So, wir sehen, unser Bild ist jetzt hier geladen. Ich meine, ich kann es jetzt auch auf 720 doch machen. So, jetzt haben wir hier die volle Auflösung. Hoffentlich. Und, ja. Das heißt, wir haben unser Image-Tech mit der ID-Image. Die werden wir nachher noch benötigen. Und das war es jetzt eigentlich auch erstmal. Bis auf den Body. Der muss noch was machen. Ich habe mir jetzt überlegt, sollen wir jetzt eine Diashore mit Knöpfchen machen? So weiter drücken, weiter drücken. Ist nicht viel anders als das, was wir jetzt machen werden. Jetzt werden wir so eine automatische machen. Das heißt, dass die immer automatisch, zum Beispiel alle 5 oder 10 Sekunden. 1 weiter geht. Und, ähm, deswegen machen wir hier Onload hin. Onload. Das heißt, wir führen ein Event aus, wenn die Webseite oder beziehungsweise diese HTML-Seite geladen wird. Und das nehmen wir zum Beispiel einfach mal init. Das heißt, wir initialisieren dann im JavaScript die, was weiß ich, bla 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 bla. Jo, so sieht das unsere fertige, geile Seite aus. Von außen. Und wir machen mit der CSS weiter. In der CSS werden die Transitions erzeugt, die wir brauchen oder die wir gerne hätten. Und dafür erstellen wir eine Art Klasse, eine, ja, eine Klasse, sage ich jetzt einmal, die genauso heißen muss, wie dieses, wie die ID des Images. Wir haben jetzt die ID img. Also nennen wir auch so die Klasse. Das heißt, dann sind die so verbunden. Man kann das auch anders machen, aber wir machen das jetzt erstmal so. So, jetzt muss ich erstmal wieder die Klammern finden. Die sind so, genau. Das ist auch ein Kack. Wenn man hier die Klammern macht, kann man nicht mit den Falttassen runter. Na, egal. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt den grundlegenden Transitions, wollen wir definieren oder deklarieren oder wie man das macht. Deswegen fangen wir einmal mit Webkit an. Webkit ist unterstützt, den Browser Chrome und Safari. Die bauen ja auf dem gleichen Käse auf. Und dann machen wir jetzt nachher den Rest. Also Webkit minus Transition. Also wir wollen Transitions verwenden. Deswegen sagen wir denen das auch. Und wir wollen jetzt einen ganz bestimmten Bereich der Transitions verwenden. Und zwar die OPA City. Die Deckkraft. Oder Transparenz. So, das Ganze soll 1,0, oder einfach nur eine Sekunde kann man aufschreiben, aber 1,0 ist so schön. Machen und da kommt das Arrays in und ein Semikolon. Dann ist es fertig. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal für den OPERA. Transition, Doppelpunkt, OPA City. So kann man sich das merken. OPA City. Ebenfalls 1,0 Sekunden. Das heißt, wir können rein theoretisch dafür verschiedene Browser, verschiedene Zeiten, wie lang dieser Effekt dauern soll, erstellen oder anmachen. Und hier ist natürlich doof, weil dann sieht es auf jedem anders aus. Das wollen wir natürlich eh nicht. Transition. Und dann wieder OPA City. 1,0. Nicht Komma 1 Punkt 0 S. Das ist ja in der Programmierung so, dass wir da statt Punkt Komma haben. Z.B. bei Floatwerten ist nicht Komma, sondern halt ein Punkt. Das ist immer so. So, damit haben wir die Transition bzw. den CSS3-Effekt abgeschlossen. Wir haben es für jeden Browser deklariert. Das heißt, wir können den Safari nehmen, wir können den Chrome nehmen, wir können den OPERA nehmen oder wir können die Virenschleuder, den Mozilla Firefox benutzen. Das reicht uns jetzt aber noch nicht, denn wir brauchen noch zwei Zustände. Und zwar einmal den Zustand, ob das Bild einfaden soll oder ob das Bild ausfaden soll. Dazu erstellen wir eine Unterklasse. Das heißt, wir haben jetzt hier, oder wir erstellen einen Member, wenn man das jetzt so sagt. Dazu gehe ich mal wieder hier hin. Und sage wieder. Wir wollen wieder von der Klasse haben. Und zwar wollen wir jetzt einen Member, ich hoffe, man kann das jetzt so sagen, aus der C-Programmierung. Da möchten wir jetzt eine Unterklasse erstellen, die heißt jetzt bei mir Fade Out. Fangen wir mit Fade In an. So, die hat ebenfalls wieder die beiden Teile. Und was soll Fade In machen? Wir setzen die Opacity auf 1. 1 ist sichtbar, 0 ist unsichtbar, also komplett transparent. Wir wollen hier aber auf 1 setzen. So, und jetzt kopiere ich mir das Ganze. Ich bin zu faul. So, Fade Out. Das heißt, wir möchten, dass es unsichtbar wird. Das heißt, wenn es unsichtbar sein soll, dann muss die Opacity auf 0 sein, damit es keiner sieht. Das Ganze können wir jetzt noch schön einrücken und kommentieren, bis wir tot sind. Aber können wir dann natürlich auch lassen, denn es reicht erst mal so. So, das Ganze spichern wir, obwohl es Ding uns auch im Hintergrund macht. Mal gucken, was wir in der Live-Ansicht. Aha, nee, tut sich noch nichts. So, das sollte alles richtig sein. Das heißt auch IMG, bla bla bla, funktioniert. Jetzt kommt der Code, den wir haben wollen, denn wir müssen ja jetzt irgendwie sagen, dass ein neues Bild geladen werden soll und dass sonst noch was passieren soll. Also, zum Beispiel, ein neues Bild ausgerechnet werden, also welche Position, welches das nächste Bild vorliegen ist. Das möchten wir natürlich erst mal ausrechnen. Jetzt können wir uns zwei Möglichkeiten überlegen. Wir können uns die erste Möglichkeit überlegen. Die Bilder sind jetzt hier, passenderweise, machen wir mal den Papierkorb zu, nummeriert. Ja, das ist das Bild 1, 2, 3 und 4. Wir können jetzt einfach sagen, wir zählen einfach den Dateinamen hoch. Das wird zum Beispiel in der Variable i ist eine Zahl. Zum Beispiel i ist am Anfang 1 plus ein String.jpg. So bauen wir uns dann halt unseren finalen Dateinamen plus die Extension plus die Dateiendung zusammen. Aber es ist nicht komfortabel. Sagen wir mal, wir haben jetzt sagen wir mal 300 Bilder. Also, ich möchte jetzt nicht jedes Bild einzeln mit der Hand durchnummerieren. Das ist natürlich ein bisschen ätzend, obwohl man das mit Windows ganz einfach kann und mit Mac auch. Dann muss man einmal CMD, also bei Windows, muss man aufs erste Bild klicken, dann Steuerung gedrückt halten und dann irgendwie eine 1 angeben und dann nummeriert ihr die alle durch. Es gibt auch Tools dafür, die sowas machen. Aber wenn wir jetzt nicht so cool sind, haben Tools und wissen, wie das bei den Betriebssystemen geht, können wir einfach das Ganze in einem Away speichern. Das Away ist eine Liste. Es gibt auch List of, zum Beispiel bei anderen Programmiersprachen. Und in dieser Liste können wir mehrere Einträge, mehrere Positionen speichern, die halt werden durchnummeriert. Und so können wir einfach Position 1 abfragen. In der Position 1 liegt zum Beispiel Bild 2. Warum Bild 2? Denn ein Array, beziehungsweise allgemein in der Informatik, fängt alles mit 0 an. Das heißt, wenn wir zu Position 0 gehen, ist das unser Bild 1. Das heißt, wir müssen natürlich mal 1 abziehen, damit wir die endgültige Position kriegen. Das zeige ich euch gleich. So, das heißt, wir definieren es ein Away. Das machen wir mit Var. Also wir müssen eine Variable deklarieren. Zum Beispiel Images. Ja, toll. Die Variable heißt Images. So, was soll das sein? Oder was soll das für ein Typ sein? Ein Array. Man sieht, es ist ein Schlüsselwort. Es wird hell unterlegt. Schulz. Und wir können dieses Array direkt befüllen. Das könnte man sonst mit Push machen. Aber wir machen das jetzt einfach mal direkt. Und da kommen wir zum Beispiel einmal einfach nur die Dateinamen rein. 1.jpg So. So. Dann hätten wir hier 2.jpg 3.jpg 4.jpg So, das heißt, wir hätten jetzt hier unser Way. Images ist jetzt gefüllt mit der 0. Eintrag ist das 1. Bild. Der 1. Eintrag ist der 2. Doch, der 1. Eintrag ist das 2. Das 2. Bild ist der 3. Eintrag. Das 3. Bild ist das 3. Bild. Und der 4. Eintrag ist das 4. Bild. Und jetzt können wir halt ganz praktisch das Ganze aufrufen. Das 2. was wir machen, wir definieren ein Start-Img Das ist dann vom Typ Integer und ich möchte einfach, dass die Start-Position die 0 ist. Das heißt, das erste Bild beziehungsweise die erste die 0. Position im Way wäre bei uns dann halt das erste Bild. Das möchte ich gerne als erstes auch haben. Ich meine, ich könnte jetzt zum Beispiel hier 3 hinschreiben. Wenn ich jetzt hier eine 3 rausmache dann wird 0, 1, 2, 3. Das 4. Bild wird dann genommen. Aber wir bleiben mal schon bei 0. Ich schaue wieder auf die Tasten. Und war Delay Unterstrich S Das soll nachher Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so machen, wie ich mir das gerade gedacht habe. Aber das soll nachher die Zeit in Sekunden sein. Also bis das nächste Bild kommen soll. Da kommen dann nochmal 2 Sekunden drauf und so. Und ja, also wir können da so grob die Zeit anschätzen, wie viele Sekunden dazwischen sein sollen. Da war irgendwas auf der Taste drauf. Kann ich auch nichts für. So. Und jetzt können wir zum Beispiel hier hin, ab hier nichts mehr ändern. Das heißt, wir müssen eigentlich, um die Dior Show zu konfigurieren, in Anführungszeichen, nur hier die drei Variablen anpassen. Die nächsten Variablen, die wir benötigen, wäre die Variable img-Count. Ich denke mir das jetzt einfach mal so aus. Img-Count soll einfach, wir können auch nur Count nehmen. Einfach nachher, da soll drinstehen, wie viele Positionen, wie viele Bilder sind in diesem Away gespeichert. Also die Anzahl der Bilder, die wir total haben. Sonst müssen wir jetzt hier eine Variable, wie viele Bilder habe ich denn jetzt wohl genommen. So war es halt, ne? So, das nächste, was wir hier haben, war img-Pos. Img-Pos, die Position, an welches Bild wird erstens gerade angezeigt und welches Bild soll das nächste sein, das angezeigt hat. Das heißt, wenn zum Beispiel hier die Image-Pos, die Variable auf 1 steht, dann wird das zweite Bild angezeigt. Dann kommt zum Beispiel der nächste Durchlauf. Wir erhöhen Image-Pos um 1, das heißt Image-Pos ist 2, dann wird das dritte Bild angezeigt. So können wir, wir können das reinträglich jetzt auch gucken, welches Bild ist gerade im Image-Check geladen. So, das geht auch. Aber das ist eigentlich unnötig, weil so ist das am einfachsten und so habe ich mir das jetzt gerade auch gedacht, dass wir das machen. So, so war Delay-Fade-Out. Gleich kann man auf Delay, ups, Delay-S mal 1000. Schulz 1000. Minus 1000. Ja, jetzt haben wir hier schon so eine merkwürdige kryptische Rechnung, aber die kann ich ganz einfach erläutern. Wir haben einen Timer brauchen wir fürs Ausfaden und einen fürs Einfaden. Beziehungsweise wann das nächste Bild kommt, das ist mit dem Einfaden gekoppelt. Das heißt, der Fade-Out kommt halt nach dieser Sekundenzahl, aber wir haben ja unser Dia, hier unsere CSS-File, da ist ja angegeben, dass die Transition eine Sekunde braucht. Wir multiplizieren zuerst die Sekunden mal 1000, weil wir im Millisekundenbereich sind und 10.000 ab. Das heißt, so erkläre ich gleich noch etwas deutlicher. Das heißt, wir haben nachher, sagt das, wie lang wird das Bild angezeigt. Das wird damit auch nachher gesagt. Das heißt, ja, erkläre ich gleich. Denn wir brauchen noch eine Delay-Variable. Die heißt, glaube ich, Delay-Next gerade genannt. In dieser Variable wird halt dann nachher gespeichert, wann soll das nächste Bild kommen. Das heißt, wie lange ist die totale Anzeige Dauer? Weil die Delay-S, also die ganz normalen Sekunden, sind die Sekunden für ein Fade-In, für eine Anzeige und für ein Fade-Out. Das heißt, alles zusammen. Die brechen wir eigentlich gleich. Und zwar ebenfalls wieder Delay-S, also unsere Sekunden, mal 1000. Schuld, das waren 1000. Und das war's. Jetzt kommen wir zur ersten Funktion. Das waren alle Variablen. Die erste Funktion haben wir eben schon in dem Body-Load-Event gesehen. Und zwar die Function-Init. Wir initialisieren jetzt mal irgendwas. Hört sich immer so geil an und so toll. Eigentlich ist das gar nicht. So, wir machen jetzt zuerst. Gucken wir, wie viele Bilder, wie viele Positionen im Away drin sind. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal, also wie haben wir das eben genannt? EMG-Count ist gleich, also wie viele Dinge haben wir? Das heißt, die Länge des Aways, da würde jetzt drinstehen, vier. Ja, jetzt denkt man, ja, ist ja richtig. Sind ja auch ein, zwei, drei, vier Einträge drin. Ähm, das Problem ist, ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte gern, ähm, zum letzten Bild springen. So eine Funktion haben wir ja auch. Ähm, also könnt ihr hinzufügen, aber die brauchen wir eh. Das letzte Bild ist nicht die Position vier im Away, sondern die Position drei im Away, weil wir ja mit Null anfangen und nicht mit Eins. Ja, das heißt, wir müssen Eins abziehen, da wir ja mit Null anfangen und nicht mit Eins. Hört sich komplizierend an, ist es aber nicht. Das heißt, hier wird nachher drinstehen Eins. Äh, äh, Drei wird hier nachher drinstehen, aber da wir ja die Null noch mitnehmen müssen, dass er ja ab Null anfängt, steht da dann im Kopf, äh, eine Vier drin. Jo, denke ich ja mal. So, dann, äh, kümmern wir uns um die Imageposition. Die Image, die Imageposition nach dem Initialisieren ist die Start-Img-Position. Das heißt, ich gebe hier Bild 1 an, also Null, und unsere Image, äh, die Position, also welches Bild angezeigt wird, muss natürlich dann die Startposition sein. Man könnte das ja auch direkt hier oben machen, ich finde es aber so, ähm, einfacher und übersichtlicher. So, den Rest machen wir dann gleich, das war's nämlich dann erstmal, weil hier kommt natürlich dann noch was rein. Das werden wir erst gleich machen, denn zuerst müssen wir eine Funktion schreiben, die unser Bild überhaupt anzeigt, und das machen wir mit der Function Refresh-Img, ich weiß, ich mag Unterstriche, habe ich, glaube ich, eben auch schon gesagt. So, so, diese Funktion soll nichts anderes machen, als das Bild anzeigen, und zwar, dass das Bild anzeigen, äh, was an dieser Position ist, Schulz. So, ähm, diese, ähm, diese Refresh-Funktion übergeben wir eine, ähm, Schulz, eine Variable, die nennen wir ImagePost. Das sind jetzt wieder zwei Schuhe, die C und andere Programmierer wissen das, ähm, weil wir jetzt den gleichen Namen hier, haben wir hier und hier, äh, da. Ja, das sind zweimal die gleichen Namen. Welches nimmt der denn dann? Natürlich nimmt der, wenn ich jetzt hier die Variable ImagePost verwende, benutzt der diese, weil wir die mit übergeben. Ähm, ja, und die andere müssen wir dann mit, zum Beispiel, mit, äh, Befehlen dann sagen, dass er die andere explizit benutzen soll. Äh, kann man mit Konstruktoren arbeiten und so, aber, ähm, egal. So, ähm, jo, das erste, was wir jetzt machen, wir schreiben jetzt erstmal das Bild, und zwar ist das ganz einfach, und zwar, Dokument.get, get, getElementById, und wie heißt denn unser Element, was wir verändern wollen? Natürlich das IMG, also das ImageTag, und dieses ImageTag hat die ID IMG, das heißt, ähm, wir können das jetzt verändern, wir können jetzt das Source-Attribut verändern, und welches, ähm, was soll das Source-Attribut haben? Da muss ja der Dateiname drin, wo sind die Dateinamen drin gespeichert? In unserem Array, das heißt, wir machen jetzt einfach mal kurz, img, ja, nee, images, so, jetzt muss ich erstmal wieder die ficken Teile finden, so, images, jetzt, ähm, wird hier der Index verlangt, deswegen ist das auch rot, img-pos, aber, damit, so, das heißt, also, wenn wir zum Beispiel, ich erkläre es jetzt einfach mal hier unten kurz, naja, okay, dann doch hier, wir haben jetzt unser Away, Images, so, und, zum Beispiel haben wir jetzt die Variable xy, so, jetzt möchte ich gern, dass der erste Eintrag, äh, zum Beispiel die Variable xy, äh, den Wert 1.pg, also den String 1.pg enthält, das ist der 0. Eintrag, weil wir fangen ja mit 0 an, das heißt, wir haben jetzt hier den Index, zum Beispiel, er soll jetzt das erste Element nehmen, er soll das zweite Element nehmen, er soll das dritte Element nehmen, und er soll das vierte Element sein. Wenn ich das jetzt so stehen habe, und er das dann, zum Beispiel, in der init-Funktion ausführt, dann wird jetzt die Variable xy gar nichts haben, ja, denn unser Away hat momentan zwar vier Dinge, aber da, wenn wir dann mit einer 0 anfangen, ähm, ist das vierte Ding der dritte Index, sag ich jetzt mal, das heißt, wenn ich jetzt das Ganze ausführe, ist der, ist die Variable xy 4.jpg, also so ruft man Away auf. So, da kann ich mir eigentlich Platz lassen, ich brauche eh nur zwei Zahlen nachher noch, ne, drei glaube ich. So, das heißt, jetzt hat unser Dokument, jetzt bekommt unser Image-Tag, das Teil da, die neue Quelle des Away, aus, wovon, äh, ja, ich sabbel wieder zu viel Müll, ähm, bekommt das, äh, Image-Tag, die Source, die von dem Away kommt, mit dem Index des Bildes, was wir anzeigen lassen wollen. So, hört sich extrem dumm an, ich weiß. So, jetzt kommt das erste Mal das CSS, was wir eben gemacht haben ins Spiel, und zwar machen wir jetzt das ebenfalls, document.getElement dabei, die, das können wir auch mit einer Variable machen lassen, aber, äh, das ist eigentlich extrem unnötig, so, und jetzt wollen wir ein anderes Attribut verwenden, und zwar das Attribut ClassName, das heißt, das ist jetzt wieder CSS bezogen, das heißt, die, wir wollen den, äh, die Style-Klasse des Tags verändern, und das hat nicht so viele Optionen momentan, denn wir haben hier ja die Klasse, und dann haben wir diese zwei Unterklassen gemacht, das heißt, einmal Fade-In und Fade-Aus, auch wenn man das mal hätte dranrücken können, so, ähm, und ich möchte jetzt, dass unser Image diese Klasse Fade-In bekommt, versteht ihr, weil, wenn diese, wenn das, das Image-Check geändert wird, zu Fade-In, wird auch der Transition-Effekt ausgeführt, das heißt, das Bild fadet rein, ähm, ja, das ist eine ganz, äh, einfache Sache eigentlich, das konnte man, kann man auch anders mit JavaScript machen, man kann, ähm, direkt auch den Style so zuweisen, aber so ist es natürlich äh, wesentlich übersichtlicher, ja, und deswegen sagen wir jetzt einfach Fade-In, so, ein Semikolon dazwischen, das heißt, ähm, unser Bild wird jetzt eingefadet, wird jetzt mit, die Klasse wird auf Einfaden gesetzt, dann wird auch dieser Transition-Effekt Einfaden verwendet. So, das war's eigentlich hier oben schon mal, so, aber, ähm, ja, das Bild wird jetzt angezeigt, wird eingefadet, aber da fehlt ja noch das Ausfaden, so, wenn ich jetzt hier direkt Ausfaden reinschreiben würde, ähm, dann würde man dieses Ausfaden gar nicht bemerken, da, ich führe das aus, wird ausgefadet, der wartet aber nicht, bis das Ausfaden fertig ist, sondern, der geht einfach, dann, äh, lädt das neue Bild und fadet wieder rein, das heißt, das ist ein Blitz, oder, man sieht halt wahrscheinlich erst gar nicht, äh, man wird direkt nur das neue Bild sehen, deswegen brauchen wir eine Art Pause oder einen Timer dazwischen, wir benutzen einen Timer, da ich bis jetzt keine so gute Stopp-Funktion gefunden habe, die, äh, gut funktionieren, deswegen nehmen wir die Funktion Set Timeout, ja, ist richtig, diese Funktion SetTimeout kann Funktionen oder ähnliche Sachen ausführen und zwar, äh, ich mach das jetzt mal kurz so, und zwar erfordert das Ding zwei Attribute oder zwei Werte benötigt, das Ganze, und zwar einmal, wie lang soll gehalten werden oder, äh, wann soll es ausgeführt werden, nach welcher Zeit, und da haben wir uns hier oben eine Variable deklariert, die heißt, äh, Delay, ja, und zwar den Fadeout, und wir möchten jetzt auch nach, mit, per dieser, mit dieser, mit dieser Pause, in Anführungszeichen, möchten wir auch so lange warten, bis der Fadeout dann fertig ist, und das machen wir so, das heißt, wir warten so lange, die eine Sekunde, bis unser Transition-Effekt fertig ist, und führen dann erst, ähm, ähm, setzen das neue Bild und faden wieder ein. Aber hier fehlt natürlich noch was, denn es weiß ja nicht, was es jetzt nach der gewissen Zeit, äh, machen soll, und zwar, kopiere ich mir das jetzt hier einmal, Sturm C ist da, und paste es hier rein. Ähm, ja, jetzt kriegen wir zwar erstmal einen Fehler, glaube ich, genau, denn ihr seht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon seht, ähm, wir haben jetzt das Problem mit dem Anführungszeichen, denn, ich habe ja gesagt, ich mache normalerweise immer die einfachen Anführungszeichen, und die müssen wir jetzt überall machen, ähm, nur am Anfang und am Ende darf jetzt dieses Anführungszeichen stehen, so, man sieht jetzt auch alles wieder gut, weil wenn ich jetzt die zwei mit den, diese ganz normalen Gänsefüßchen jetzt gelassen hätte, dann würde hier das Ding anfangen, würde hier aufhören, dann wäre hier irgendwie eine Variable, wäre hier, würde hier wieder anfangen, würde hier wieder aufhören, würde hier wieder anfangen und aufhören, ähm, dass diese Stringteile, die wir dann im Endeffekt haben, sind erstens nicht verknüpft, zweitens machen sie für den, für den Interpreter dann erstmal irgendwie, überhaupt keinen Sinn, ähm, und deswegen müssen wir es in einfache Anführungszeichen setzen, deswegen habe ich ja auch schon hier auch einfache verwendet, ähm, wobei ich das eigentlich immer so mache, aber das heißt, wir faden jetzt hier, ähm, einfach out, äh, nicht out, sondern aus, das war es für unser Refresh Image, so, was möchten wir denn beim Init dann machen, wir haben jetzt unsere fertige Refresh Image, und damit möchten wir, natürlich, die müssen wir natürlich aufrufen, sonst wird das Bild natürlich nicht, ähm, gezeichnet oder angezeigt, das heißt, beim Initialisieren, wo wir das erste Bild laden möchten, rufen wir jetzt einfach die Funktion Refresh Image auf, also Refresh-EMG, die rufen wir jetzt einfach auf, und übergeben der die Position, ImagePos, EMG-Pos, ähm, damit übergeben wir dir, im Grunde die, das Startbild, welche, welche, welche Nummer soll verwendet werden, also die Startbildnummer soll natürlich verwendet werden, ähm, wie im Foto man es vergessen, so, das habe ich jetzt gerade noch hinzugefügt, ähm, weil, ich meine, keiner fängt mit 0 an zu zählen, ich hätte gern Bild 1, da würde, jetzt hier hätten wir jetzt, mit Startimage hätten wir jetzt sagen müssen, 0 wäre das 1, wäre das erste Bild, aber das wollen wir natürlich nicht, deswegen haben wir jetzt einfach nur mal 1 abgezogen, das heißt, wenn ich jetzt Bild 1 möchte, ist es im Away Index 0, und deswegen ziehen wir von der 1, 1 ab, das wäre dann 0, und somit haben wir immer unseren korrekten Index, so, wir zeichnen unser neues Bild, und, erst mal fertig, is, ja, aber wir brauchen natürlich noch eine Funktion, wir brauchen die Funktion, nächstes Bild, denn, die möchten wir kontinuierlich, ähm, oder periodisch wieder aufrufen, dass immer schon das nächste Bild kommt, und, ähm, dazu brauchen wir natürlich erstmal die Funktion, und zwar nehmen wir die Function, next, unterstrich, img, Klammer auf, Klammer zu, so, und was soll diese Funktion machen, diese Funktion soll eigentlich immer nur das nächste Bild machen, oder aufrufen, dazu muss natürlich immer wieder das Refresh unterstrich img benutzt werden, und dort übergeben wir ebenfalls wieder Image Position, die aktuelle Position, die wir hier oben natürlich noch errechnen, beziehungsweise um 1 erhöhen müssen, ja, das heißt hier, hier in der, in der Zeile drüber, errechnen wir das neue, die neue Image Position, also im Grunde plus 1, das nächste Bild ist ja immer plus 1 oder minus 1, je nachdem wie rum man es counten will, ähm, und dann senden wir den, das, äh, die neue Position, den neuen Index für das Away, zu unserer Refresh Funktion, die halt dann das Bild einfadet, ausfadet, und anzeigt natürlich, nur in einer anderen Reihenfolge. So, deswegen brauchen wir jetzt erstmal, äh, ne, fangen wir erstmal so an, wenn ich jetzt unser, einfach jetzt sage, wir haben unsere, äh, Image Post, ja, wir haben unsere Image Position, und die möchten wir eigentlich gleich, plus gleich 1 haben. Wir haben jetzt vier Bilder hier drin, und ich führe das Ganze fünfmal aus. Was würde passieren? Was ist denn mit dem fünften Bild? Das fünfte Bild existiert bei uns hier gar nicht, das heißt, wir möchten jetzt hier noch 5.0.pg hinmachen. Dann würde jetzt hier so, in so ein, äh, zerbrochenes Bild hängen, bei dem Fall, das heißt, das Bild kann nicht angezeigt werden, wie bei anderen, oder anderen, das ist auch so. Das heißt, wir müssen gucken, ähm, if, Klammer auf, unsere aktuelle Image Position, bevor wir überhaupt irgendwas machen, überprüfen wir erstmal, ob die Image Position, Achtung, zwei Gleichzeichen hier, die, ähm, Image Count Position hat, das heißt, unseren maximalen Wert. So, wenn dies so ist, na, sagen wir mal, machen wir erstmal andersrum, wenn dies nicht so ist, das heißt, wir haben zum Beispiel noch 2, 3 Platz, bis zum Endbild, dann machen wir einfach else, Klammer auf, Klammer zu, ähm, else, sonst erhöhen wir einfach um 1, das heißt, wenn wir nicht das letzte Bild erreicht haben, gehen wir 1 weiter. Das Ganze kann man hier so schön kompakt schreiben, das sieht besser aus. Aber wenn wir das letzte Bild erreicht haben, was möchten wir dann machen, danach ist nicht Ende oder so, denn wir fangen einfach wieder von vorne an und der Anfang ist die ImagePos gleich 0. Die 0, der erste Index im Array ist das erste Bild, der 0. Index im Array ist das erste Bild und deswegen sagen wir einfach ImagePos gleich 0 und somit haben wir unsere NextImage Funktion fertig, das heißt, ähm, wir gucken, ob es das letzte Bild ist, äh, was gerade angezeigt wird, wenn es so ist, gehen wir wieder zum ersten, also Index 0, sonst gehen wir einfach einen Schritt weiter, also in die Position plus 1 und senden dann die neue Position an, unsere Refresh-Funktion, die halt dann das neue Bild anzeigt. So, diese wird aber jetzt noch nicht ausgeführt, die möchten wir natürlich jetzt nur ausführen ähm, und deswegen machen wir das gleiche wie unten und zwar brauchen wir eine neue Variable, die nennt sich Timer, die können wir dann nachher zum Beispiel Timer, ähm, Punkt Clear, Intervall, nachher wieder löschen, aber wir lassen es jetzt einfach so, wir definieren also einen Timer und diese Funktion heißt SetIntervall, das heißt, wir möchten das dauerhaft so periodisch und so ausführen, ähm, und diese, äh, möchte eh, äh, wieder was haben, wir sehen hier oben in der kleinen Auto, in der kleinen Hilfe, wir möchten einen Code und brauchen eine Delay, also einen Zeitraum, ja, ähm, der Code, den wir ausführen möchten, den haben wir ja schon geschrieben und zwar müssen wir einfach nur Next unterstrich EMG ausführen, denn wir möchten ja immer das nächste Bild haben, so, und die Delay Time haben wir ebenfalls schon bestimmt und zwar Delay unterstrich Next, also wann soll das nächste Bild kommen, haben wir ja um in Sekunden schon definiert, so, gelabert, gelabert, gelabert und das war's, jetzt sollte das hoffentlich funktionieren, gut, ähm, es gibt keinen Fade-Effekt, aber wir wechseln schon mal periodisch, das ist schon mal eine schöne Sache, dann gehen wir erst mal auf Fehlerbehebung, gucken wir uns erst mal das CSS an, das müsste aber eigentlich richtig sein, 1,0 Sekunden, 1,0 S, 1,0 S, ob man sich irgendwo verschrieben hat, EMG, Fade-In, die Super City ist auch richtig geschrieben, sonst gucken wir uns das hier an, ich glaube ich weiß woran das liegt, ne, momentan weiß ich's nicht, aber wahrscheinlich fehlt wieder irgendwo ein 7 Kronen oder so, das kommt häufiger vor, das ist mir das erste Mal, dass bei mir sowas schief geht, Fade-In möchten wir unten machen, äh, 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 Fade-Out, wir möchten nicht ein-faden, wir müssen aus-faden, hoffentlich, ich hoffe mal, dass das richtig ist, ha, und jetzt haben wir unseren Effekt, zur Erklärung, was gerade falsch war, ja, wir, ähm, machen, wir Refreshen, dass, äh, wenn wir die Funktion aufrufen, also wie Fash-Image, dann wird zuerst das Bild ausgefadet, aber wenn wir natürlich die Klasse nicht ändern, sondern immer nur auf Fade-In belassen, macht der ja nix, der steht, äh, beim, nach dem ersten Mal schon auf Fade-In, und dann macht der natürlich nix mehr, ja, das ist ja auch nicht gerade so die, äh, Methode, beziehungsweise die Lösung des Lebens, ähm, das ist wahr, Eis auf dem Dach, egal, das heißt, wir faden zweimal in, gleich sinnlos, ja, also wenn einmal ein-faden und einmal ausfaden, das heißt, wir führen S-In-Fade-Out vor, äh, und danach erst den Fade-In. So, das heißt, wenn wir uns das jetzt angucken hier, haben wir jetzt einen schönen Übergang, dessen Zeit wir natürlich dann noch hier oben, äh, auf 10 Sekunden setzen müssen, dann müssen wir hier halt nur, ähm, 10.000 abziehen, denn, äh, so lange wartet das Skript ja, bis der Transition-Effekt fertig ist. So, was man natürlich dann jetzt noch machen könnte, wir könnten, äh, eine Hintergrundfarbe, äh, Bild setzen, ähm, dass das, weil das ist jetzt ein extrem harter Kontrast, wenn man ruhig so einen coolen Hintergrund, was sich so ein repeatbares Bild, was dann als Hintergrund gesetzt wird, und dieses Dio Show sieht die scheiße aus, weil, sag ich mal nix zu. ähm, für die alle, die jetzt, äh, äh, noch ein bisschen weiter machen wollen, das mache ich jetzt auch noch, habe ich jetzt irgendwie Bock drauf, wir machen jetzt unten noch, oder unten drunter noch so ein Counter, welches Bild wird gerade angezeigt. dazu machen wir einfach direkt unter das Bild, vielleicht noch ein, slash br dahinter oder so, dass wir eine Zeile tiefer gehen, machen wir einfach ein div tag, ein slash div, dieses div bekommt eine ID, und die ID nennen wir zum Beispiel mal Text, ist egal, ob es jetzt, äh, Sinn macht oder nicht, dich, so, hier steht momentan nix drin, wir sehen, hier ist nix, warte, gehen wir nochmal in Live-Ansicht, ist auch nix, ähm, das heißt, wir müssen dieses div tag befüllen, das heißt, wir haben jetzt eine Art Platzhalter, wo wir jetzt HTML-Code oder irgendeinen Text rein füllen können, das Ganze machen wir jetzt ebenfalls mit JavaScript in der Refresh-Funktion, ähm, das Ganze kommt hier zwischen, ich hoffe, das sieht dann besser aus als, äh, ohne, wenn man es dahinter macht, werden wir gleich mal gucken, ähm, nee, hier, 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 das sieht besser aus, wenn man es da macht, genau, egal, ich weiß nicht, ob es überhaupt besser aussieht, aber rein am Gedankengang sollte es hoffentlich etwas besser aussehen, und zwar fangen wir wieder an mit document.get element by ID, wie haben wir das Teil jetzt gerade genannt, Text haben wir das Ganze genannt, und, ähm, hoffentlich, Text, das heißt, wir greifen auf dieses div tag mit der ID Text zu, und da wollen wir etwas reinpacken, reinpacken heißt eigentlich in, und da gibt es momentan so, eigentlich heißt es ja nicht in, aber so als kleine Ableitung, da benutzen wir die Funktion innerHTML, das heißt, wir müssen etwas reinstopfen, und zwar HTML-Code in diesem Fall, oder irgendwelche Strings oder sonst was, und was möchten wir hier, ähm, rein tun, und zwar möchten wir hier einmal gleich die Klammer auf, die Image unter Strich Position, aber die kann auch 0 sein, ich meine, Bild 0 von 4 sieht irgendwie kacke aus, das heißt, wir, ähm, rechnen erst mal plus 1, ja, das heißt, dann haben wir wieder unser Bild 1, 2, 3, 4, und nicht 0, 1, 2, 3, äh, tun was dazu, und zwar jetzt hier mal so ein, dass wir so ein von, also Bild 1 von, plus, wieder die Klammer auf, äh, EMG-Count, ich hoffe, das haben wir so genannt, ja, haben wir, ebenfalls plus 1, weil da gibt es ja ebenfalls wieder Bild 0, und das wollen wir auch nicht, deswegen so und so, Ende der Schose. So, jetzt hat es hier unten auf einmal was hinzugekommen, und ihr seht, wir haben jetzt einen Counter, der von Bild 1, bis 4 durchcountet, wir können jetzt natürlich noch mehr Bilder nehmen, die machen wir dann oben in das Away rein, ich habe ja jetzt keine mehr, aber, das ist eine ganz einfache Sache eigentlich, das Ganze kann man auch ein bisschen, da können wir auch noch einen Transition-Effekt drauf anwenden, aber das finde ich extrem sinnlos, aber, was man vielleicht noch machen könnte, was muss man aber nicht, wir machen das Ganze zu H2, äh, man müsste das noch richtig schreiben, das ist auch so eine Eigenschaft, richtig schreiben, wäre toll, wir sprechen mal ganz einfach mal, jetzt ist das ein bisschen größer, ich meine, das eben war so winzig, und die Bilder waren so riesig, ähm, passt doch. jo, das war mein Tutorial zu einer, einfachen Diashow, die sich erstens leicht befüllen lässt, mit Bildern, ohne dass man die durchnummerieren muss, oder ähnliches, man kann den Delay, man kann das Startbild einstellen, ähm, und wir haben so ein cooles Count-Teil da drunter, jetzt, der anzeigt, welches Bild von was, man könnte da jetzt natürlich noch irgendwie so ein Text drunter packen, das könnte man dann auch noch mit Div Text machen, zum Beispiel, wenn Bild 1 ist, steht da, das ist ein Wal, wenn man da ein Bild von einem Wal hat, oder so, ähm, ihr könnt rumspielen, ihr könnt mir das ja gerne auch zeigen, als Videoantworte oder ähnliches, vielleicht mache ich dann irgendwann ein Tutorial zu einer, sehr komplexen, mit Steuerelementen, und dann noch mit ein bisschen mehr, äh, CSS-Effekt, aber, lassen wir es erstmal, würde mich freuen, wenn ihr da noch rumbastelt, kommentieren, bewerten, äh, abonnieren, kommentieren, favorisieren, ähm, mir Geld schicken, oder so, nein, ähm, aber ich würde sagen, bis zum nächsten Tutorial, da kommt auf jeden Fall jetzt nochmal eins, ich habe nämlich so viel Anfragen von dem Scheiß, ich weiß nicht warum, okay, tschüss.